Willkommen bei Gesund in Bayern. Wir stellen Ihnen die schönsten Kurorte Bayerns vor. Heute Scheidegg, die Sonnenterrasse über dem Bodensee. Sonne ist ausgezeichnet fürs Gemüt und für die Gesundheit. Und davon gibt es hier mehr als genug, denn Scheidegg ist erwiesenermaßen der sonnigste Ort Deutschlands. Der heilklimatische Kurort Premium Class im Dreiländereck zwischen Bayern, Österreich und der Schweiz entführt den Gast in eine traumhafte Bergidylle. Mit allen Sinnen. Speziell das gastronomische Angebot zeichnet sich nicht nur durch die sagenhaften Allgäuer Naturspezialitäten aus, sondern zugleich durch Europas einzige glutenfreie Gesundheitszone. Scheidegg ist bekannt als glutenfreier Kurort. Was bedeutet das für den Gast? Das bedeutet zunächst mal ein Angebot an glutenfreien Ernährung in gastronomischen Betrieben, in Beherbergungsbetrieben und in Supermärkten für Betroffene und deren Begleitpersonen. Heilklimatischer Kurort der Premium Class. Was kann ich darunter verstehen? Das bedeutet, dass unsere Gäste hier in Scheidegg verwöhnt werden mit besonderen heilklimatischen Bedingungen, die den Urlaub beim Wandern, beim Sportmachen, Langlauf fördern. Der Kurort Scheidegg ist wirklich absolut spitze. Auf dem neu errichteten Skywalk können Sie die gesunde Allgäuer Luft 1000 Meter über dem Meeresspiegel mit dem einzigartigen Vierländerblick einatmen und den alpinen Wald auf eine völlig neue Art und Weise erleben. Hoch über dem Bodensee können Körper und Seele so richtig entspannen. In einem der schönsten Geotope Deutschlands mit Blick auf rauschende Wildbäche und die Scheidegger Wasserfälle kann die ganze Familie Überraschungen und Abwechslung auf Schritt und Tritt erleben und ausgiebig in Gottes Natur wandern. Tauchen Sie ein ins schöne Westallgäu. Zum Beispiel in das mit reinem Alpenquellwasser gespeisten Scheidegger Freibad mit kostenlosen Panoramablick pur. Die herausragende Umwelt- und Luftqualität des heilklimatischen Kurorts ist für die Gesundheit der Kurgäste besonders förderlich. Die neue Golfanlage mit permanentem Alpenblick garantiert aktive Erholung, sportliche Herausforderung und gesunde Bewegung in einem der schönsten Kurorte Bayerns. Das war Gesund in Bayern. Willkommen im heilklimatischen Kurort Premium Klaas Scheidegg, dem Kurort mit Weitblick. Der Sonnenterrasse über dem Bodensee.